Streichen Sie es im Kalender an, denn ich werde jetzt etwas sagen, das Sie ganz bestimmt nicht von mir erwarten. Spider-Man hat recht. Heißt das, ich habe ihm Unrecht getan? Entschuldige ich mich? Auf keinen Fall! Ich weiß aus sicherer Quelle, dass er ein regelmäßiger Hörer dieses Programms ist. Und jetzt ergibt das auch Sinn. Er hat mir zugehört, darüber nachgedacht und er hat gelernt, an sich gearbeitet. Und so wahrscheinlich es auch scheint, er hat das Richtige getan. Also, Spider-Man, gern geschehen. Aber glauben Sie nicht, dass ich Spider-Man ab sofort mit Sandhandschuhen anfasse? Ich behalte ihn im Auge, damit er ehrlich bleibt. Spider-Man, ich weiß, dass du zuhörst. Stell dir vor, dass ich dich beobachte, wo immer du auch bist. Okay, natürlich nicht runter in der Dusche. Das wäre schräg. Oder auf dem Klo. Oder ab zur Werbung. Da hat er nicht mehr gewusst gehabt, was er sagen soll. Und das nächste Gebiet. Ah, noch mal aufstehen. Das geht schnell. Ja. Ja. Da wird jemand ausgeraubt. Die Überraschung. Weiter, Alter. Wow. Das ist doch schade. Das ist doch schade. Das ist doch ein Klo. Auch so. Ja. Ich glaube, wir machen das gar nicht so. Ich glaube, wir machen das ganz gut. das war schon irgendwie wirken die diebe bisschen nachlässig in letzter zeit es wird was sollen die gebrauchten We should see the action control. So we can still find our enemies. Okay. So we could we go up. Oh my god, you got it. Oh, you could just do something actually. Ay, fuck this is, and you're going to send it to the Avengers. Yeah, I could be off. Okay, we're getting off. Okay. Okay. Oh, okay, wir sind weg. Warte, 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 und jetzt. Es ist einfach nur, weil der Stürz ist. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Rucksäcke abgeschlossen, perfekt. Neuer Anzug wird dran. Oh, cool. Oh, cool. Richtig viel von Homecoming. Warte, was haben wir denn noch? Weil es haben dann noch einen Anzug fällt. Ja, wow. Okay, der ist richtig an ihm jetzt total. Wahrscheinlich 2, also genau bis 45, da warten wir da. Da passt das schon. So, gerade. Wenn wir schon mal bei dem Gebiet sind. Ja. Ja. Ja.